moin liebe leute und herzlich willkommen hier wieder bei denjotv wir packen wieder karten aus und zwar heute mit der mega latius box drei booster eine kleine latius karte und eine große mega latius karte aber lasst mich erst mal auspacken los paar bossa stich hier haben wir eine latius karte eine sehr schöne karte und dazu dann die passende überdimensionale so heißt es mega latius x karte mega latius ist der schallexperte wenn es um schall geht frak latius der weiß bestimmt sieht richtig nice aus schönes ding sehr gut mit dabei sind drei booster und zwar haben wir da einmal den dampfkessel und zweimal den turbo fieber so dann machen wir erst turbo fieber und dann dampfkessel fangen wir damit an wo wir dahinten ein mogelbaum ein von die fraß 1 war und es ein sehr kurze lille minute traumato corazon froxy pixie als reverse und ein radikal weiter geht's mit damia plex zeitpuzzle platzballon schallquap pikulente chamian puffy schinox was ist das ein enteron turbo sehr schöne karte hyper transfer auch gar keinen schaden beliebig oft während eines zuges vor deinem angriff kannst du eine durch die kamera lesen ist doof kannst du eine basisenergie von einem deiner pokémon auf ein anderes deiner pokémon verschieben okay ich lese gerade die attacken von der normalen form bleiben erhalten sehr cool sehr cool sehr cool das ist nur eine fähigkeit und dahinter ist ein pseudogon so erste schöne karte die ich auch noch nicht habe letzte booster dampfkessel nein drift zipli ein watti snobelikat nidoran panflam nass geniegt lichtel kapuno ein lichter als reverse und holo ein skeelabra als holo früher hat man sich viel mehr über die holos gefreut heute gibt es die ganzen break karten bzw turbo und ex karten und so was aber egal ich freue mich da war was schönes drin hat sich gelohnt somit vielen dank fürs zuschauen schön dass ihr dabei wart abo daumen hoch wäre super und bis zum nächsten mal danke leute ciao